Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 26. Oktober. Guten Morgen bei Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für mich vorbereitet und eine Bitte. Ich spreche über Flatter, Bitcoin, Wire, Polaroid, DxO, Amazon, Kinect, Alto, Animal Crossing und Apple Pay. Wir starten bei Flatter und die haben jetzt endlich ihren 2.0-Launch quasi hinter sich. Die mussten sich ja mehr oder minder neu erfinden. Die 2.0 war schon lange angekündigt. Jetzt ist es auch soweit. Was gibt es Neues? Ja, bei Flatter, der Flatter-Button ist tot. Unterm Strich gibt es jetzt eine neue Browser-Extension quasi, die installiert werden muss. Und die verteilt dann neue Flatters quasi. Das bedeutet, dass Button drücken bzw. irgendwelche Podcast-Clients, die dann Flatters auslösen, sind nicht mehr notwendig. Das läuft jetzt alles über dieses Add-on. Ebenfalls neu, ja, man stellt die Währung um von Euro auf US-Dollar. Die Euro, die man hat, sollte man sich auszahlen lassen. Man kann diese nicht mehr einsetzen, um andere zu flattern. Ansonsten gibt es ein paar Veränderungen an den Gebühren. Mittlerweile nimmt der Flatter-Dienst 7,5% aller monatlichen Auszahlungen. Dazu kommt eine Gebühr von 9% bei der ersten Überweisung. Dementsprechend, ja, sie sind deutlich günstiger als andere Plattformen in diesem Micro-Blogging, Micro-Payment-Bereich auf jeden Fall mal. Ja, sonst, eigentlich war vielleicht ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr angekündigt wurde allerdings auch schon. Man will anscheinend ein bisschen gegen Patreon angehen. Es sollen auch Abo-Zahlungen möglich sein. Zudem unterstreicht man auch sehr, sehr stark, dass man quasi Videos jetzt flattern kann. Ja, von daher, offensichtlich geht es immer ein bisschen in Richtung Patreon zumindest. Mal schauen, ob man sich da durchsetzen kann. Früher war Flatter immer das komplett eigenständiges und alleinstehendes jetzt, wenn man gegen Patreon gehen will. Tja, es gibt eben schon einen Branchen-Primus quasi. Wir kommen zu Bitcoin und bei Bitcoin gibt es einen neuen Fork. Im August hat sich ein Bitcoin Cash abgespalten quasi. Jetzt gibt es den neuen Fork Bitcoin Gold. Alle, die bereits Bitcoins hatten vorgestern quasi, die bekommen auch schon automatisch diese neue Währung. Was ist das neue an Bitcoin Gold? Ja, unterm Strich soll das Ganze nur besser zu meinen gehen, bedeutet vor allem besser zu meinen, was Grafikkarten betrifft. Man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Bitcoin Cash ist ja sehr erfolgreich gestartet, stürzt, also entwickelt sich im Moment dann eher negativ, sagen wir es mal so, zwar langsam, aber es geht doch stetig nach unten. Mal schauen, wie das dann mit Bitcoin Cash der Fall sein wird. Wir kommen zu Wire, von denen wurden wir schon mal gesponsert, ein Messenger, den wir sehr gerne verwenden. Und Wire hat jetzt neue Business Features angekündigt. Und im Strich geht es da vor allem darum, dass jetzt Verschlüsselungen möglich sind. Das Ganze hat ein Abomodell, das heißt grundsätzlich für private Anwender bleibt das kostenlos. Für Unternehmen gibt es ein flexibles Abomodell, schließlich und endlich muss man auch Geld verdienen. Das ist für 30 Tage mal kostenlos. Anschließend je nach Nutzeranzahl kann man dann schauen, ob es einem gefällt. Falls ihr das für euer Business einsetzen wollt, grundsätzlich, wie gesagt, gute Software läuft überall, ist verschlüsselt, dann seht euch das Ganze mal an. In den Show Notes ist es verlinkt. Wir kommen zu Polaroid. Und tja, Polaroid ist nicht tot zu kriegen. In den 1930er Jahren haben die quasi mehr oder minder durch ihre Sofortbildkamera die Fotografie revolutioniert. Man ist wieder da mit Kameras, beziehungsweise es gibt ja schon ein paar digitale Kameras. Jetzt gibt es eine neue, die Polaroid Pop. Die kann Fotos von 8,9 x 10,8 cm drucken, hat ein 4 Zoll Display und eine 20 Megapixel Kamera. Speicherkarte kommt auch zum Einsatz, das heißt man hat sehr viel Platz für Fotos, Videos gehen mit 1080p. Ja, eigentlich nichts Großes, die besonders Neues, preismäßig eher intensiv das Ganze, sage ich mal, die beginnt bei 250 Euro. Einziger großer Vorteil, man kann die Fotos auch vom Smartphone übertragen und dann quasi die Pop nur als Drucker verwenden. Auf der anderen Seite muss man allerdings sagen, so Fotodrucker, so mobile, gibt es schon deutlich günstiger. Und die anderen verkaufen die auch gerade alle aus. HP hatte da mal einen, den gibt es morgen dann irgendwie zum Schleuderpreis. Da wird es Polaroid dann glaube ich doch relativ schwer haben, weil der Name ist unter Strich dann halt doch nicht alles. Wir kommen zu DxO und DxO kauft überraschend von Google die Nik Collection. Die Nik Collection sind ja verschiedene Tools für Fotografen, die werden auch weiterhin kostenlos bleiben, hat die DxO versprochen. Nur nächstes Jahr soll es mir eine neue Version geben, die Nik Collection 2018, die wird dann kosten. Die Nik Collection gibt Fotografen Werkzeuge an die Hand, um Fotos zu erstellen, die sie absolut lieben. Wir freuen uns sehr, dass DxO, ein Unternehmen, das auf hochwertige Fotografielösungen spezialisiert ist, diese erwirbt und weiterentwickelt. Wir kommen zu Amazon und auch die haben etwas weiterentwickelt unter Anführungsstrichen. Amazon schnuppert ja immer wieder schon mal so ein bisschen in Richtung Kameras. Jetzt gibt es eine Kamera. Überraschenderweise ist bei der nicht irgendwie das Wort Alexa hinein vermanscht. Das Ding heißt Amazon Cloud Cam. Es ist eine klassische Überwachungskamera, die quasi klips der letzten 24 Stunden für euch in der Cloud automatisch aufbereitet und so weiter und so weiter. Eigentlich eine ganz klassische Überwachungskamera mit Full HD-Auflösung, Nachtsensor und allem, was dazugehört. Was eben dazukommt, ist die starke Serveranbindung und auch die Logik, die es auf den ganzen Servern quasi bei Amazon ja eben gibt. Grundsätzlich ist das Cloud-Modell mehr oder minder kostenlos. Wer dann mehr haben möchte, bezahlt dann 7 US-Dollar im Monat. Die Kamera selbst wird ab 8. November vorerst leider nur in den USA erhältlich sein. Eine kostet 120 Dollar, zwei 200 Dollar und drei 290 Dollar. Wir bleiben bei Kameras, kommen aber zu Microsoft und dort gibt es eine eher schlechte Nachricht. Die Kinect wird eingestellt. Etwas überraschend, gerade in letzter Zeit die Kinect-Technologie ist ja mehr oder minder wieder im Aufschwung am Freitag. Also morgen startet das iPhone X, da ist ja quasi vorne mehr oder minder so eine Kinect-Kamera drinnen. Ja, Microsoft selbst hat es aber nicht mehr vor, offensichtlich für Spiele und für Windows zu verwenden. Im Endeffekt bei der Xbox ist das Ganze ja auch kein großes Thema mehr. Darum hat man sich dazu entschieden, die Kamera und die Produktion der Kinect einzustellen. Ebenfalls beschlossen einzustellen hat sich AOL die Alto-Mail-App. Wir hatten das neulich im Geek Talk und wir haben auch einen Test in ProKipsy-Netwerk. Leider wird diese Mail-App unter iOS, der eigentlich sehr gut war, eingestellt. Die App wird am 9. November bereits ihren Dienst einstellen. Unter dem Strich geht es vor allem darum, dass man eine neue App starten möchte. Was genau das sein will, weiß man noch nicht so ganz. Es dürfte aber unter den sogenannten OAT-Dienst von AOL ziehen. Dementsprechend passt auch das Alto nicht mehr so ganz zu der Strategie der Firma. Wir kommen zu Nintendo und die haben jetzt eine neue App angekündigt, beziehungsweise ein neues Spiel. Kurze News, einfach nur viel mehr wissen wir noch nicht. Für Android, für iOS soll es sein. Und es wird Animal Crossing sein. Das war ja bereits letztes Jahr angekündigt, dass heuer Fire Emblem zum Beispiel kommen soll, aber eben auch Animal Crossing. Das ist jetzt eben soweit. Das wurde schon verschoben, das war ja schon mal mehr oder minder angeteasert. Jetzt soll es heuer noch auf den Markt kommen. Stichwort auf den Markt kommen. Auch bei Apple Pay warten wir ja immer noch darauf, dass es in Deutschland oder in Österreich zum Einsatz kommt. Vier weitere Länder sind jetzt dabei. Leider ist es nicht Deutschland und nicht Österreich. Es geht in den Hohen Norden. Dänemark, Finnland und Schweden sind dabei. Zusätzlich die Vereinigten am Arabischen Emirate. Zum Abschluss, wie angekündigt, noch eine kleine Bitte. MacPrime 2H, betrieben von Matis Bruder, hat eine Umfrage unterlesen. Wir würden euch bitten, an der teilzunehmen, wenn ihr ein bisschen Feedback von MacPrime 2H gebt. Sollt auch nicht allzu lange dauern. Ihr findet einen Link zu der Umfrage in den Shownotes. Vielen Dank von Martin und von mir an dieser Stelle. Das war es von der heutigen Folge. Sofern ihr aus Österreich seid, wünsche ich euch einen schönen Nationalfeiertag. Wir haben ja heute frei. Alle anderen, nehmt es nicht so schwer. Das Wochenende kommt mit großen Schritten. Wir hören uns dann morgen nochmal. Schönen Tag, bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.